Immer wieder erheben Fußballfans und Trainer schwere Vorwürfe gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dabei wird die im Jahr 2020 durchgeführte Planinsolvenz kritisiert, da der FCK das Verfahren ohne sportliche Konsequenzen durchführen konnte. Normalerweise droht dem zahlungsfähigen Verein ein Punktabzug oder, wie das Beispiel Töckücü München zeigt, sogar der komplette Rückzug aus dem Spielbetrieb. Zudem konnte man die Planinsolvenz in Eigenverwaltung ohne einen externen Insolvenzverwalter durchführen und die internen Strukturen und Abläufe blieben bestehen. Doch das, was wohl den meisten sauer aufstößt, ist der sportliche Erfolg in den letzten zwei Jahren. Nachdem der 1. FCK nur knapp dem Abstieg in die Regionalliga entging, stieg man nur ein Jahr später in die 2. Bundesliga auf und überwintert aktuell auf dem 4. Tabellenplatz. Und auch die Transfers von Bundesligaspielern wie Andreas Lute oder Erik Durm passen einigen nicht in den Kram. In diesem Video gehe ich näher auf die Vorwürfe ein und versuche darzulegen, ob diese berechtigt sind oder nicht. Die Roten Teufel waren noch nie für tolles wirtschaftliches Arbeiten bekannt. Mit der Verpflichtung von Weltmeister Juri Djokaev oder der Rückholaktion von Mario Basler begann sich der Verein finanziell zu überheben. Spätestens mit der erfolgreichen WM-Vergabe 2006 und dem damit verbundenen Ausbau des Fritz-Walter-Stadion war die Katastrophe perfekt. Da die Kosten für den Umbau explodierten, musste die WM-Arena an die Stadt verkauft werden und das Bundesland Rheinland-Pfalz sprang dem Verein mit Zuschüssen zur Seite. Den Tiefpunkt erreichten die Pfälzer im Jahr 2020. Sportlich stand man im Niemandsland der 3. Liga und die Schulden beliefen sich auf ungefähr 24 Millionen Euro. Der FCK war letztlich Nutznießer der Corona-Pandemie, da die DFL und der DFB in dieser Zeit keine Punktabzüge verhängten. Dementsprechend war die eingeleitete Planinsolvenz regelkonform und der Verein hat sich im wahrsten Sinne nicht zu Schulden kommen lassen. Dass ein Großteil der Verbindlichkeiten schon vor der Pandemie angehäuft wurden, interessierte den DFB nicht. Ohne Planinsolvenz wäre der Untergang des Vereins in Stein gemeißelt gewesen, weil sich die Liquiditätslücke auf über 10 Millionen Euro belief. Da die Gläubiger dem Schuldenschnitt zustimmten, war der Weg frei für eine bessere Zukunft. Durch die verbesserte wirtschaftliche Lage wurde der ausgegliederte Lizenzspielerbereich auch für Investoren interessant, und frisches Geld kann der immer noch klamme Verein gut gebrauchen. Wer glaubt, dass der FCK durch die Planinsolvenz in Geld schwimmt, irrt sich gewaltig. Die Kapitalgesellschaft ist zwar schuldenfrei, doch der 1. FC Kaiserslautern e.V. muss immer noch Verbindlichkeiten in Millionenhöhe begleichen. Beispielsweise muss der Verein das von der Agentur für Arbeit ausgeschüttete Insolvenzgeld und Steuern zurückzahlen. Durch den Aufstieg vervierfachte sich die Stadionpacht und auch die Kosten für den Spielbetrieb stiegen an. Einzig der Rückkauf des Fritz-Walter-Stadion kann die anfallenden Kosten senken, doch dafür benötigt der FCK wieder Geld. Mit Ruhm hat sich der 1. FC Kaiserslautern bei seinen Transfers hingegen nicht bekleckert. So konnte man nur einen Teil der Ablösesummen für den Wechsel von Jannik Bachmann und Philipp Herscher bezahlen, und durch die eingeleitete Insolvenz erhielten die SG Sonnenhof Groß Aspach und der FC Würzburger Kickers nur einen Bruchteil der ausstehenden Summen. Kommen wir nun zu den Investoren. Im Sommer 2018 wurde der Fußball-Lizenzspielebereich des 1. FC Kaiserslautern ausgegliedert. Dadurch konnten Geldgeber Anteile der neu gegründeten GmbH und Co. KG AA erwerben, wodurch diese Eigenkapital erhält. Aufgrund dessen stellen viele Außenstehende den FCK auf eine Stufe mit RB Leipzig oder der TSG Hoffenheim und bezeichnen den Klub als Investorenverein. Doch dieser Vergleich hinkt, da sich unter anderem die Rechtsformen klar unterscheiden. Leipzig und Hoffenheim sind GmbHs und gehören zu fast 100% ihren Gesellschaftern. Beim 1. FC Kaiserslautern gehören nur knapp die Hälfte der Anteile den Investoren. Zudem feierten die Roten Teufel ihre größten Erfolge als EV und nicht mit einem Mäzen wie beispielsweise die Sinsheimer. In den Bundesligen gibt es insgesamt kaum noch eingetragene Vereine, wie dieses Bild verdeutlicht. Demnach kann man die Pfälzer sogar als Spätsünder bezeichnen. Jeder hat zum Thema Investoren und Ausgliederung eine andere Sichtweise, schreibt mir deswegen gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn man einen Blick auf die anderen europäischen Top-Ligen wirft, fällt einem auf, dass das Investieren und Besitzen von Fußballvereinen eher zur Regel wird und keine Ausnahme ist. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal.